Hallo und herzlich willkommen bei Beanie Books. Ich habe diese Geschenkboxhäuschen gebastelt. So sehen die aus. Verwendet habe ich für diese Geschenkboxhäuschen diesen Cardstock in 230g, Designpapier, weißen Cardstock, ein bisschen Deko, Glitzer Cardstock und diese Stanzen. Wenn ihr sehen wollt, wie ich diese Geschenkboxhäuschen gemacht habe, dann schaut euch doch mein Video an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020